So, und das gekriegt ist im Rollen. Auf Kleber. Sticker an die Industrie. Sticker. Der Eingang ist ja unten hinter den Pappkartons. Schwer zu finden, denkst du, dass es hier beliefert wird. Aber er ist der Hauptenker. Muss man auch erstmal suchen können. Oder finden können. So, geht schön weiter. Jetzt müssen wir nur noch einen Einkaufsladen finden. Woher... ...Girate a destra in Villa Marsiglia. Passant mal bei der Funke. Wo wir dann auch Oléböl kriegen. Und... ...Parmesankäse. Girate subito a sinistra. Ich war jetzt links. Girate a sinistra. Ich war eh schon links. ... ... ... ... ... Geradio a sinistra Geradio a sinistra Geradio a sinistra Geradio a destra Geradio a sinistra So ne Zubstgegezone Ah so ne Hund mit mir geholt So ein da Einen kleinen Fuchs Da ist ein Rattenbeißer Aber hier links Da ist ein Rattenbeißer Da ist ein Rattenbeißer Is das ein Rattenbeißer Das ist ein Rattenbeißer Das ist ein Rattenbeißer Das ist ein Rattenbeißer Es hat ihn Beispiele Das ist ein Rattenbeißer Es wokezt ihr伊st해� müsste Geradio an ein Rattenbeißer Engelhaft der Esfersenbeißer Z, porti, girate a destra. Prendete la seconda a sinistra. Der Rest ist diese typische Einbahnstraßenregelung, die sie hier haben. Obwohl man da locker durchfahren kann in Nahen, deswegen auf diese Weise kann man natürlich schön um Wege bauen, aber es ist egal. Oh, no, no, no. Das finde ich falsch, ne? Weil es kein Mensch muss längs gehen. Aber es ist das, dass sie hier haben. Das ist alles, wenn sie hier haben, aber viele Menschen, die eigentlich auch liegen wirklich nicht? Das ist unsere Schwellfrau wieder mit. Jetzt kommt hier aus, was man ist, ist das keine Zellen. Also geht es, wenn sie hier auf die Kaserhose zurzeit sein. Das ist auch nicht, wenn nicht für die Kaserhose bzw. die Kaserhose zurückkehlen, einschränkt die Kaserhose. Es geht es nicht das. Und wenn ihr länger, was alles, was sich im Blark, und das ist nicht mehr zu sein. Ich dachte wir fahren mal so eine Schnellstraße hier längs. Das ist aber nicht voll die kleinsten Ecken hier. 300m. Gehe in sinistra. Gehe in caro del popolo. Gehe in destra. Gehe in schnau. 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 anzutreffen. Alle 50 km gibt es nur an Käpe. Ich habe es früher, im Frühjahr habe ich über 40 km, aber das habe ich limitiert. Im Gesamtdurchschnitt eher 50 km, weil das ist erst die Hauptstraße. Wenn man Sizilien noch mit Zugzählen, da ist noch weniger. Da runter zieht aber immer so an. Hier sagen wir auch mal Salem, Aleikum. Buongiorno. Links ist dann auch noch Gewüsehandel. Gegenrohr. Und dann speziell ihr... Hörnhofer. 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 20 kmh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, auf. 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 Ja, auf.